Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HiOnLife Wir haben mit unserer detektivischen Meisterleistung jetzt herausgefunden, wo ungefähr unser Doka Giblet sein soll anscheinend Und jetzt suchen wir ihn auf C4 Mal schauen Da ist er ja eben Das soll angeblich da sein Und verstehen wir ganz Welche Zeichen das so sein soll Ich schätze er ist da, aber ich geh mal da rein und schau, ob ich wegen einer Kiste find Total außer Betrieb Okay, Lord, das heißt das, okay, dann kommen wir nur da her Dann schauen wir mal was passiert Okay, Sandro direkt vorhin Alles klar Können wir den jetzt aufsagen? Nein, jetzt haben wir den Sandro ... Wohy Crap Thacking noch gar nicht dieses Game wieder Wohh, wohh 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 Ich 1 Wohh 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 Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Was geht an den Spuren? Weil er ziemlich laut wurde. Okay. Guck wer. Der kann sich teleportieren. Die Tätigen sind strong. Schauen wir mal ganz kurz nach was wir beim Gas. Genau. Die Verstärkung gibt Gas in der Defendor gegen Heinz sozusagen. Aufladen. Und los. Um alles um diesen Knall zu dir zu ziehen. Ich hab's nicht verstanden. Und los um alles mit einem einzigen großen Hals zu dir zu ziehen. Warum knallt das beim Herziehen das Checking nicht? Oh hey. Was ist passiert hier? Aber okay. Jetzt woher sollen wir wissen? Okay wenn der Marker uns sagt wo wir ihn finden dann gehen wir zum Marker. Das ist der Schreie. Das ist nicht richtig schlecht in dem Sound. Was haben wir überhaupt nicht recht? Oh nein. Ja ich bin voll mit meinemonyaal. Ich bin voll mit euch leid. Ich bin voll mit euch leid. Das hat nicht funktioniert Dann ziehe ich mal Demo hin Bisher hat sich ein Verstehen irgendwas Bisher hat sich ein Verstehen Das ist ein Verstehen Das ist ein Verstehen Ja Holy crap Ah Ein Warp Crystal Das ist gut ein Zeichen Das probieren wir jetzt noch einmal herziehen Ok, das wird nichts passiert Soll wir den Gegnern haben? Ich muss das ganze Zeit, oder? Okay, das ist nur mir M-m-m-m Flaut Dann mal einen Brawschütz in anderem Weil史 erzwiegen Das weiß ich überhaupt nicht Und erzwiegen G-g verstehe ich Äh, das ist hingegangen. Aber glaube ich, ja, das heißt auch, dann. Irgendwie geht's, aber irgendwie versteht sich das Musik. Wer rein vorgerufen muss, das ist gut. Irgendwie muss man... Hm. Ich glaube, die Wiese leider sind groß und kann man sicher, dass die okay. Die Wiese. Die Wiese. Die Wiese. Die Wiese. Die Wiese. Die Wiese. Sieh. Yeah, what's up again? Leder. Müssen wir denn auch da rein? Dann hast du schon. Leder. Die ersten wurden auch nicht. Ah, die sammeln sogar für mich das Zeiger ein, das ist aber cool. Gebärmutterkammer. Creature können... Kinder gleichzeitig Leben halten. Am Leben erhalten, ja. Nice. Jetzt haben wir eins mehr. Ja. Schaut mich aus, zumindest. Da drüben. Wohooo. Yeah. He 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 he. Put your hands up. Put your hands up when you slide down the power slide. Ahhh. Lord. Lisi schreibt. Hier draußen wird es langsam echt chaotisch. Ich höre wie die Aliens über eine neue Hyperbong reden, in der man Menschen rauben kann. Yep, den Hyperbong haben wir auch schon gesehen. Wir sollten uns vielleicht alle komplett rasieren, um in der Menge unterzutauchen. Ja, das ist eine gute Idee, aber unterzutauchen wollen. Du bist als erstes dran. Ja, Moment. Ja, Moment. Oh. Oh, ich bin so glücklich. Oh. Ja, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Hey, 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 hey. Du hörst das? Oh, ge dogi. Oh, thank God. Oh, mein Gott. und, äh, well, it shot me right in half. I got cut in half. A G3 base, huh? Definitely, Dr. Chublitz. Oh, God. Oh, God, I'm fainting fast. Please, please just stay with me while I die. I don't want to be alone. I don't want to be alone. Don't give up, bud. We're not going anywhere. We'll be right here. No, no. It's my time to go. Thank you for staying with me as I die. Just don't leave. Okay, and I feel it. Here I go. Oh, I'm, I'm dead. I'm dead. The circle of life. Oh, you hate to see it. Dude. Hey, 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 where are you guys going? You promised me to stay with me until I die. Hey, hey, thank you for coming back. You sound pretty alive right now. No, no, no. Oh, I'm dying. No, I'm actually, oh, not for real this time, though. Oh, my God. Oh, stay. Don't go anywhere. Stay with me. Thank you. Oh, here I go. Oh, my God. Cool. Looks like he's dead for real now. Hey, hey, what the fuck? You left me again. I'm not dead yet, assholes. Oh, come back and stay with me, please. Oh, oh. Why isn't the reincarnation that's going on here? You gotta be kidding me. I'm going to fuck you, okay? I'm dying for real over here. And it's really sad because I'm all alone. What the fuck? Is this a bug? That's a morbid sick. Eeeey. Oi. 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 Ich habe ihn jetzt umgebracht, weil er meinte, das war die richtige Sache, weil ich auf ihn draufgefahren bin. Ich habe keine Ahnung, was ist der Riesung? Ist das wie es ist? Ah, der D-Berwinner. Sad life. Das bringt uns das, wenn wir da aus und unten machen. Sure. Okay, wir haben jetzt den D-Berwinner. Okay, wir haben jetzt den D-Berwinner. Wow. 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 Okay. Okay. Wow. Das war ja die Erkenntnisse, dass er schon vorher der Kind hat. Wow. 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 What do you have to do? And if I should find. Hey, I don't know what's behind that door, but you can't get in there yet. Uh, maybe that's where Djiblitz is. I don't know. We have to scan a bunch of stuff first. Also mach das und dann vielleicht wird die Tür öffnen, lass uns wissen. Kann ich scannen? Dann schauen wir mal. Irgendwas muss es ja zum Scannen geben. Aber vielleicht ist alles unten dort, muss ich scannen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, schäuze. Warte, warte, warte. Warte, warte. Wie sind die Brüder? Oh, das sieht aus wie der Läbchen, wo Dr. Gibletz hat seine Erfahrungen gemacht. Da muss ein bisschen Hilfe sein. Wir gehen an den Scan. Warte, du musst die Brüder aufschreiben. Das hätte ich einen Aufschwicht mit dem Mann irgendwo! Oder unheimliche Brüder. Warte, warte. Was er denn, was er mit Wunderschön? Jesus Christus, das ist doch falsch, nicht wahr? Ja, das ist doch falsch. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich weiß nicht, warum ich mich gefragt habe. Ich weiß, es war falsch. Dr. Gibletz hat ihn wohl verloren. Ich habe gesagt, es war falsch. Das sind die alten Prototypen von Hyperbone, viel janker als die, die sie in der High-On-Life-Store verkaufenen. Na ja, weißt du, wir haben einfach gesagt, jetzt können wir weiterentwickeln. Wir sehen uns alle diese Drone-Heads. Dr. Gibletz war ein Experte an creatingen Cybernetic Organismen. Aber wir wussten schon das. Ich glaube, das ist nicht ein sehr guter Punkt. Ich glaube, es ist gut, aber es ist cool zu sehen, dass die Drone-Heads verdient. Danke für die Showen. All right, hier ist meine neue Theorie. Dr. Gibletz war immer mehr Twisteder als wir gedacht haben. Er war torturieren seine eigenen Henchmen. Er war nicht richtig in der Hände. Aber ich glaube, das ist auch was Douglas, so vielleicht ist das normal für die G3. Vielleicht war er normal. Keine Ahnung, wenn wir weiterentwickeln. Ich gehe in die nächste Tür. Glüh. All right, ich weiß nicht was das hier ist. Aber ich bin sicher, dass es mehr Clues in hier ist, also wir finden mehr Clues, Baby. Ein Barsch, dieser Dr. Gibletz war das? Er war wirklich Sanfte, oder? Er war wirklich Paranäutig, was er wirklich? Er war wirklich Paranäutig, oder? Er war wirklich kreistig, dass die Leute ihn versuchen, ihn zu töten. Er war wirklich kreistig, dass er mich kreistig war, woher sie ihn tun. Dann wissen sie, er war richtig, weil das ist das wirklich was wir hier machen. Also okay, er war richtig. Er war nicht verrückt. Er war normaler Typ. Das sind 2nd-Place-Trophäen? Sie sind für, was? Science? Just science in general? Sind sie wirklich 2nd-Place-Trophäen für science? Es sieht aus wie Dr. Dibbets ist, dass er nicht 1st-Place in Science ist. Das ist ein Gatleon. Wir kriegen noch ein Gatleon. Es wäre einfach nicht möglich. Wir kriegen noch ein Gatleon. Wir kriegen noch ein Gatleon. Es wäre toll, wenn wir den Gatleon für uns selbst bekommen. Du denkst, das wird passieren? Wer weiß, wir wissen. Wir wissen, dass wir das Gatleon haben. Ich glaube, es ist ein Gatleon. Wir haben den Gatleon. Es war wirklich verrückt. Er war Paranoid, dass jemand hinter ihm war, also er hat seine eigenen Männern. Während du viel Zeit für den Gatleon warst, ich war beschäftigt, mit dem Gatleon für Dr. Dibbets und mit dem Passwort auf seine Sicherheitssysteme. Jetzt kannst du einfach den Wegpunkt direkt auf ihn. Warte mal kurz. Soll er uns alles machen? Ja, sorry. Ich liebe den Gatleon so sehr, dass ich ihn nicht wollte. Jetzt gehst du Dr. Dibbets. Aber da kommen wir jetzt auch nicht. Oder wie? Wenn es rot ist, nicht? Dann wird es wahrscheinlich auch später kommen. Ich denke, wir wollen einen Gatleon. Ich denke, wir wollen einen Dibbetschen. Und dann kommen wir das. Fuck. Yeah, he's from Zezlik Farn. What the fuck are you waiting for? The guard died. So let me carve him up already. Dr. Gimlet status report. No life sentence detected. Entering full security lockdown. No way. Oof. Hello. If you're hearing this pre-recorded message, it means you've successfully managed to murder one of the greatest minds in all of super science. Congratulations, you killed me. But I knew this day would come and I was prepared for this moment. Now, see, you can survive my retribution from beyond the grave. It's never that easy, is it? Okay, it's up. Okay. This is a senior. Hey, man. I'm dead if you're trapped in here. Falling prey to my glorious son. It's never so jealous of. Good luck, Prymacy. You, my own son. Tell me I prefer what. You have this? My lad? Or just a plain old space edifice complex? No matter. Just as you had no qualms about killing your own father, I just learned these films is none of my first born. For what are you talking to this? If you're hearing this, it means you just killed an enemy. This is fun. I expected you to defeat some of them. But you will need more. No. 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 Whatever. I know they are staying there. Oh my god. Some of them are staying there. No. Everything is still there. Hey, nobody's gonna miss me! Is that it? If you're hearing of this, it means you made it past my first time a lot. Perhaps you aren't my son, Krimothy. Yes, yes, I was wrong. How could I have been so blind? I know who killed me now. It was you, Krubus. What? He thinks Krubus killed him? Jay, yes! Jesus Christ, how many of these did he record? Krubus, 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 always complaining about being the lowest row on the G3 ladder. You thought you could kill me and take my spot at the top, didn't you? Well, think again, because... Well, you did kill me, actually. Come back! How appropriate, Krubus, that after all, you're stuck behind mountains of paperwork. You finally got to get your hands dirty again, just like you wanted. I believe I'm flouting you, but you picked the wrong dirt to get dirty with. I'm back with the energy. Krubus, could it actually be about the time that I slept with your wife? Did I convince her to divorce you and marry me instead? And then I'm able to do an experiment for you and decide in that process? And you thought you meant to get to open up some days? Can you see that? I feel like it's probably not, but I just want to make sure. I know you can't tell me because I'm dead. But soon you can tell me. Damn it, I'm close! I have to go on now and then I just got to go to the top right away. Yeah, he got something. Never! Gut to go! Okay, I think that's probably it. Alright, if you're still alive, you can't beat Krubus. Krubus was too weak. I would have killed him. No, no, you must be someone else. But who is it? Who killed me? Was it... you, Douglas? You never told me your last name! Now he thinks it was Douglas? Did I miss anything? Douglas, I remember that story. Your relentless party habits always landed you in hot water with Garmentuus. Perhaps you wish to strike back against our leader by killing his prized scientist, me! That would certainly hurt his feelings. But it was a mistake to think you could just walk out of here from behind! Douglas, I remember that story where you can make it! An experiment! It was really hot. I even took photographs! Perhaps that's why you killed me! To get back those photographs! Boy, too bad! I have rigged my computer to post them all over the internet the second my heart stopped beating! But don't worry! Boy, too bad! Yarrow! It drives me crazy! I will kill you if you keep talking to me the mean way! wass ich? oh 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 den 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 We haven't even fired Uh Nebulon, you've been here from the start Garnatius' favorite right-hand man You always hated the attention he gave He wanted to call for your sister I don't know Captain Garnatius' favorite right-hand man I might lose you right in the future But I have to die I don't know I'm going to kill you If you're a boss, give me a shot I'm just going to kill you I'm going to kill you Where is he? Yo I'm just because of the gas Yeah, right I'm just because of the gas Would you have to look out No way Do we go out? Oh mein Gott Ich muss nicht aufhören Nein, mal der 3 im Spiel ist mal der 3 Das war nicht so hart What the heeeellllllll Das war mal der 3 im Spiel ist Jetzt war der 3 im Spiel ist Entschuldigung! But then you killed me. So it pains me, but I must kill you back! We are proud to serve the G3! You're a tough one, Nipulon! I'm throwing everything I have at you, but can you survive this entire base self-destructing? Three! Two! One! Okay, I'll have to remember to rig that up later in the timing of the video. Not to sell. Rig up base to self-destruct. Rig up base to self-destruct. Rig up base to self-destruct is- No way! The attacks are almost three of them and you know this it's just catch up then 1 Oh mein Gott, wiederum. Oh shit, war das auf? Bin ich im Rauch gestanden, weil der da oben war, oder war das auch nicht ganz gut? Holy crap. Was bin ich schon? Yo, die sind aber so stark. Ich verstehe ihn ganz, wie sie so viel Damage machen. Ich meine, ich bin neben sie gestanden, aber gefühl war es einfach kein Alkontakt. Wir haben das jetzt mit mehr Bewegung, ohne dass wir tief in den Gegner reinkommen. Ich bin mit dem Geist zugegen. 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 Ich habe das alles! Ich selbst! Ich habe mich selbst! Oh, wow! Ich habe das nicht gesehen. Es macht Sinn, du kennst. Ich habe mich immer immer verraten. Ich wusste, ich hätte die Guts zu tun, einen dieser Tage zu tun. Gut für mich! Also, okay, ich habe mich selbst. Oops! Meine Apolosien zu jemandem zu hören. Ich hoffe, dass du mich entschuldigst. Ich hoffe, dass du mich verletzt hast. Du kannst jetzt gehen. Have einen guten Tag. Gibs out! R.I.P. Gibs! Ich habe mich verletzt. Erinnerst du, als wir früher als Detektivs waren? Wir haben es überlebt. Ich hätte ein paar Mal in der Luft landen, aber okay. Ich habe jetzt einen neuen Gatleon. Yeah! Da war doch toll. Oh, der andere Gatleon! Ich denke, dass er... Hallo! 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 Sch 15! Du bist das glücklich? Oh nein! Ich denke, er er ist slack. Oder wissen Sie was? Wahrscheinlich, dass er tot, ist. Ich weiß vielleicht, dass er tot. Ich weiß, dass Jean auch darum kann. Die bin ich wollte nur sagen. Ich Clarke sagte zu sagen. Sie wissen, dass hier wirklich ein paar Jahre zu machen. Und... Gott... Das war so verkeратig. Ihr free trial of detective mode is up, so see you later, bye. Good riddance. What the fuck? Wow, look at that. You found Dr. Giblets all by yourself. See, it's not so easy figuring out where these bozos are. Let it go. Come on over, let's bow wow. Hey yo. Hey yo. I want to talk to Jeans. Now I'm stuck here. Perfect. I can't put myself in. Or I can't talk to Jeans. Hey yo. I can't do anything. It's on the sprung of the shot. Okay, so we did find Dr. Giblets. He is dead. But we also found another Gatleon. Oh shit. That's great. I don't know about that. I mean, he's not really functional. I don't think he's dead, but... Oh god damn. Yeah. He's busted up real bad. What were they doing to him? Do you think he's salvageable? Buddy, I'm not gonna promise you I can save him. That would be irresponsible of me. You would be careless to toy with your emotions like that. But yes, I can definitely fix it. Okay. Thanks, Jean. But you know, if he can't be saved, it wouldn't be... What was that? Nothing. I was being shitty. You didn't hear me. I don't want you to hear me being shitty. Yeah, okay. Weird thing to say, but whatever. Sorry to change the subject, but... Turn in your bounty real quick. I've got some good news and some bad news. Okay. 2000. Okay. Come on over. Let me give you the news. All right. What do you got for us, Jean? All right. Which do you want first? The good news or the bad news? Uh-uh. Okay. You want me to talk about something else? Like what? Shoes? Why? I have important information to share with you. I'm not just shooting the shit here for fun. Are you just trying to be annoying or mean? I mean, is this some kind of weird power move to try and teach me my place or something? Making me wait to tell you my important shit? Quick, go ahead. Look, I'm not playing at all. Christ, kid. Good news or bad news? Make it quick. Hey, well, I lied, kid. I don't have any good news. I was trying to ask for the bad news, and then you'd be so upset you'd forget to ask about the good news. I was trying to pull a fast one on you, and I failed. So, uh, it was pretty embarrassing. Alright. Here's the bad news. Lizzie's been gone for a while. It's probably nothing, and I'm obviously not actually worried or anything because I hate her. But, uh, you know, you might want to look into it. Since she's your sister and all. Maybe check with Tweeg. He works at that space Applebee's uptown. Uh... So, uh, yeah. That's everything. I'll work on getting us some new bounty leads if you want to... Go look for Lizzie. And, uh, I'm gonna see if I can fix up that busted Gatleon you saved. Jesus, that is a lot to take in, Gene. Hey, uh, bounty hunter, you mind if we leave the other Gatleons here with Gene, and maybe we can go poke around for Lizzie and use that time to have a little chat with each other. You know, just you and me, our favorite people, our favorite, uh, you and I, our best pals. You have no double DOA, 1052, calm, and ridiculous. Have I left my other weapon? I like it. Okay, listen, just, 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 it's easy. Put the other Gatleons down next to Gene and let's get out of here and look for Lizzie and have a chat. Oh, sure, we can use a little break. It's nice to stretch out a bit, you know? Take a little nappy pool. Oh, yeah. Uh, chase the channel, Gene. To porn. Have a good time, you two. We'll hold down the fort. Alright, family hunter, let's head to Applebee's and we'll, uh, let's find your sister. Yeah, that's so cool. Alright, guns. No funny business while the bounty hunter's away. We'll be just fine. Good luck out there. Just with all the Gatleons. Uh, how do I feed these guns? Will they just eat anything? Alright, just leave already. I've been dying for some R&R. Okay. You better not be gone too long. I don't like having to entertain. Look at us, just you and me again, you know? Just like old times, like the dream team, you know? Uh, so, Applebee's, it's in the slums, which you, you know, you probably knew that. So, your suit can point us in the right direction. So, you take the lead, bounty hunter. You, you, you know, we'll talk with, you know, we'll, we'll, we're gonna, we're gonna chat. It's gonna be good. It's gonna, it's all good. Don't worry about this. Don't get shooken up about this. I, I don't, I, there's no reason to be, you know, don't feel weird or anything. I'm not, you know what I mean? You know what I mean? We're going to first... Just shopping, right? Hey, listen, I'm sorry about being weird back there. It's just, well, there's something I need to tell you. This is, this is hard. Just give me a second. You got this, Kenny. Come on. What? What you doing, he's doing? That's not how you... Alright, Kenny, you're talking to yourself now. They can hear you. It's not so hard. Just tell them everything. What? What you think, man? I think he needs to be doing a dung or something. Oh, hätte ich gehört. Nein, ich kann nicht sein kaum. Dann halt. Danke fürs Zuschauen, falls ihr die Folge gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.